Hallo Leute, heute zeige ich euch einige Periopienetechniken und am Ende des Videos verrate ich euch meine Lieblingstechnik, also viel Spaß und unbedingt dranbleiben! Musik 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 Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Lieblingstechnik ist das Solo-Trägerkleid, weil es meiner Meinung nach auch alltagstauglich ist. Verratet mir doch in den Kommentaren, welche Technik euch am besten gefallen hat. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!